Am Dienstagmittag wurde unser chilenischer Neuzugang Mico Albonos offiziell vorgestellt. Nach der offiziellen Pressekonferenz nahm sich Mico noch die Zeit für ein kurzes 96-TV-Interview. Meine neuen Teamkameraden haben mich sehr gut aufgenommen. Das hat es für mich einfach gemacht und die Stadt gefällt mir auch sehr gut. Ich möchte in Hannover zeigen, wer ich bin und was ich kann. Natürlich hat jeder einmal den Traum, die Bundesliga zu gewinnen. Das ist auch möglich, aber das wird natürlich sehr hart. Wir werden hart arbeiten, damit wir in jedem Spiel möglichst drei Punkte einfahren. Guten Tag und danke schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017